Willkommen zu einem faszinierenden Blick auf die majestätischen Pflanzfresser, die die übrigen Landschaften der Triaszeit durchstreifen. In diesem Video erkunden wir einen der faszinierenden Herbivoren dieser prähistorischen Ära und entdecken ihre einzigartigen Eigenschaften und Überlebensstrategien. Der Plateosaurus, ein riesiger Sauropodomorpha-Dinosaurier aus Deutschland, er lief auf zwei Beinen und war eine imposante Erscheinung in den Wäldern der Triaszeit. Mit einer Länge von bis zu 10 Metern und einer Höhe von ca. 4 Metern war er einer der größten Pflanzfresser dieser Zeit. Er ernährte sich hauptsächlich von Fahnen, Nadelbäumen und anderen Pflanzen, die in seiner Umgebung wuchsen. Trotz seiner Größe und Stärke musste sich der Plateosaurus wahrscheinlich gegen die Angriffe von Raubsauriern wie dem Hererosaurus verteidigen, die in derselben Umgebung lebten und nach Beute suchten.